Hallo, mein Name ist Thomas Ritz, ich bin Professor hier am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik. Mein FH-Moment dauert inzwischen 15 Jahre und das beschreibt eigentlich die Situation, hier verrückter Professor zu sein. Ich kann hier verrückt in Forschungsprojekten sein, aber insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit Studierenden, zum Beispiel in Abschlussarbeiten, wo es uns immer wieder gelingt, verrückte Ideen am Ende auch anfassbar und verwertbar zu machen. Vielen Dank.